Hallo Leute, ich bin Teil von FutureLeap. Schaut her, macht mit! Wir sind eine Gruppe aus Studierenden, Medienprobis und WissenschaftlerInnen, die sich zusammengetan haben, um Millionen jungen Menschen zu helfen, umweltbewusster zu handeln. Wir wollen eine Plattform bauen, die uns allen ermöglicht, unsere Welt nachhaltiger zu gestalten. FutureLeap! Die erste Community-Plattform, mit der wir unsere Umwelt retten. Und das mit Augmented Reality. Und so funktioniert's. Du machst auf Orte aufmerksam, die ein Umweltproblem haben oder eins verursachen. Mit deiner FutureLeap-App machst du diesen Ort sichtbar. Du machst dein Foto und du bietest deine Lösung an. Zum Beispiel deine eigene Müllsammelaktion, damit der nicht mehr in der Gegend rumliegt. Die Konsequenzen deiner Tat werden dir und deinen Freunden sofort angezeigt. Mit jeder Aktivität macht dir die Welt nachhaltiger. Du machst dein Foto. Und zum Schluss teilst du diese Information mit deinen Freunden. Ihr könnt sofort gemeinsam aktiv werden. Dir fällt auf, dass dieser Baum vertrockneter ist als die anderen. Er verliert jetzt schon seine Blätter. Warum das so ist, erfährst du sofort. Die Informationen des Baums sind digital mit deinem Smartphone verbunden. Und mit dem Smartphone machst du sie sichtbar. Deine FutureLeap Augmented Reality App zeigt dir den Grund. Dieser Baum hat wegen des heißen Sommers zu wenig Wasser bekommen. Sauberes Trinkwasser ist eine der wichtigsten Ressourcen unserer Erde. Durch den Klimawandel wird dies leider immer knapper. Noch können wir uns die Konsequenzen davon gar nicht vorstellen. Aber FutureLeap zeigt dir, was passieren wird, wenn die Bäume in Zukunft immer weniger Wasser bekommen. FutureLeap zeigt dir aber auch Lösungen, die du sofort umsetzen kannst, um umweltbewusster zu werden. Die Tipps sind direkt mit dem Ort verknüpft. Wusstest du, dass die Herstellung eines T-Shirts von der Herstellung bis zum Verkauf ca. 3000 Liter Wasser verbraucht? Das ist ungefähr so viel, als würdest du ein halbes Jahr lang jeden Tag duschen. Die gute Nachricht ist, es gibt schon viele Lösungen, die wissenschaftlich belegt sind, um unseren Planeten zu retten. Wir müssten sie eigentlich nur anwenden. Die schlechte Nachricht, die meisten Lösungen sind einfach nicht bekannt. Kaum einer von uns kennt sie oder weiß, wo sie zu finden sind. Warum ist das so? Weil sie auf Millionen von Internetseiten verstreut stehen. Wir wollen eine Plattform für euch bauen, die euch vor Ort zeigt, was ihr für die Umwelt tun könnt. Alle Informationen rausgefischt aus den Tiefen des Internets. Dafür bauen wir zusammen mit euch FutureLeap auf. Die erste Community-Plattform für junge Umweltaktivisten und die, die es werden wollen. Denn das Tolle ist, deine Ideen fließen hier mit ein. Du kannst selber Ideen einbringen oder anderen Tipps geben. Ich mache mit, weil ich anderen zeigen kann, was ich tue. Ich mache hier mit, um einfacher an Informationen zu kommen, die mir helfen, umweltschonender zu leben. Ich mache mit bei FutureLeap, weil es mir wichtig ist, das allgemeine Umweltbewusstsein zu verstärken. Und ich hoffe, dass man durch diese Plattform mehr Leute erreicht, die sich bis jetzt noch keine Gedanken darüber machen. Das Projekt FutureLeap gibt es schon seit 2015. Aber damals war Umwelt einfach noch kein Thema. Dank Bewegungen wie Fridays for Future wurde uns der Weg geebnet, um dieses Projekt heute zu realisieren. Macht mit uns mit! Mit FutureLeap wollen wir aktiv helfen, unsere Klimaziele zu erreichen, um die Lebensgrundlage aller Lebewesen auf diesem Planeten zu sichern. Damit genau das morgen nicht passiert. FutureLeap ist die erste Plattform, die ihr selber mitgestaltet. Mit euren Spenden seid ihr von Anfang an ein wichtiger Teil davon. Wir brauchen eure Spende, damit wir gemeinsam wachsen und aktiv werden können. Werde mit uns aktiv. Werde Teil von FutureLeap. Ich finde es super, dass Werner uns jetzt auch unterstützt. Gerne. Er hat zum Beispiel das Video geschnitten für unsere Spendenaktion hier in seinem Studio. Und ja, es wird Herzblut dabei. Das bin ich wirklich. Und ich hoffe, wir haben euch damit erreicht. Und ihr macht zahlreich mit. Unsere Umwelt wird uns das sicher danken. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.